ja hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge von let's play world of warcraft wie soll es anders sein in draenor unter swifty ist auch wieder dabei ja hallo da oben ist auch noch du musst ein bisschen mehr links gucken ja genau da ungefähr es bringt zwar nichts aber er winkt mal aufs hopper wir haben hier unten da so die richtung was wasser laufen da ist doch ein weg achtung da ist ein 96er damann 94 ane das ist ein mob mich verfolgten frosch ja mich und ne motte und ne motte ja die greifen dich an ja ich stehe auf motten ignorieren die mal ja ja das läuft da frosch ist schon wieder weg auf frosch weg es ist eine dumme angewohnheit wenn ich über wasser laufe dann spring ich total nutzlos da ist auf alle fälle halani halani da ist der kleine die elite nie fährt klein ist relativ ne wird schon schief gehen ja gut dass ich ewig nicht mehr mit meinem hexemeister gespielt habe ich gerade sagen schön dass ich schon ewig nicht mehr mit meiner jägerin gespielt habe aber läuft ist ja schon da oder so gluten das dicke ding du ich bin in dem dicken ding und kann nicht looten ist doch weiter also da wo ich bin ungefähr da naja geht fleisch 16 einheiten überläuft okay jetzt können wir dir auch direkt ane die kann man nicht direkt da unten abgeben die müssen wir mal bei unserem außenposten abgeben die wir gerade gemacht haben die köst ja ja genau die die kann mit meinem schurken allein sind nämlich leicht blöd weil die dinge echt scheiße schwer zum töten sind alleine die liter im büschchen ja habe ich auch mit meiner magierin geld gelernt gemerkt schön da stand echt scheiße wenn man kein tankpad hat voll arsch aufreißen hoch drei haben wir denn da was beenden und der nächste annehmen tun wir das unsere feinde werden fahren warum da müssen wir oben nur die dinger zu stören ist ja langweilig ist ja langweilig cool ja das hinter nicht mal gegner oder hier war kein gegner habe ich durch das 1 von 3 jetzt habe ich auch 1 2 3 wieso das nicht für mich mit gezählt hallo ja ich muss die auch kaputt machen dass ich das sofort bemerkt ja 2 von 3 um gegner gucke mal da also ich kann mich entsinnen entsinnen dass wir hier noch töten mussten das nutzer stört ich habe wir haben da eine quest ja ja komisch vielleicht bekommt wahrscheinlich bekommen wir jetzt dann das folge quest die ja doch warte mal hier oben wird mir noch ein kleiner blauer kreis angezeigt ach ja 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 da müssen wir einen töten ja dann müssen wir halt noch eine töten ja gut dass da jetzt ein anderer folge wasscht ist so ich habe mir gerade gedacht so kommen was den sozialen hilfst zu dem guten ja ja wieso kann ich nicht ach so jetzt kann ich schon darum kann man durch oder teleportieren naja jetzt jetzt kann ich auch teleportieren okay und drei annehmen drei annehmen organisationsressourcen habe ich gerade so wenig 4.000 oder 5.000 ja ja ich habe über 2000 aber ja ist ja egal das ist ja auch noch nicht so gesuchtet wie ich auf screen bevor wir jetzt weitermachen bleibt mal schnell stehen jeder jäger handeln sonst vergesse ich dass in dieser aufnahme nämlich wieder jetzt musst du mir erklären wie kann man denn schnell stehen bleiben ja schnell schnell stehen bleiben schnell stehen bleiben obwohl da bist du schon gerade dem einen danach laufen das war das andere let's play ach ja das war das andere hast du überhaupt gemerkt was du das bekommen hast ich habe den erfolg streichelt so bekommen sammelt 100 einzigartige haustiere naja sie ist alles nur wegen mir dankeschön bitteschön ich habe mich schon gewundert weil ich habe ja schon mehr wie 100 haustiere dass da ich den nicht erfolgen den erfolg nicht bekommen auf 100 haustiere den bekommst nur wenn du seltene haustiere hast doch ja und das sind seltene da ich die herstellen muss kann oder die sie nämlich wenn du die kauf sind die arsch teuer ja ja so um die für 5000 gold oder so alter verticken du kannst dazu ganz beruflich machen haustiere verkaufen sicher nur das problem ist einfach die ressourcen die die komischen teile was ich da brauchte kann ich nur einmal am tag herstellen okay das heißt das dauert dauert ewig bis dann aber dann tust du dir die arbeit an und machst mit so schöne haustiere heute aber auch schön ja sicher ich weiß ja dass du ein haustier fetisch hast da ist übrigens auch der vogel her der mich begleitet hat bevor wir gestorben sind begleitet hat hat bevor uns der alle getötet hat 100 da alle das sind die die zu viel zeit haben tonnenweise so wie viel hammer müssen wir denn dann noch killen sagt man ohne menge was können wir hier zerstören ich glaube wir müssen da mehr in die mitte astral zauber zerstört ok das können ja ja da ist ja salz aber astral zaubern da wo schon wieder welcher gestorben sind wie kann das denn sein ok dann zerstöre ich mal den astral zauber direkt hatte für dich auch nicht mitgezählt ja ok die fallen wie die fliegen muss man so anmerken und irgendwo ist hier so ein weltboss wir nicht weit weg von hier gar nicht weit weg von hier wird mir zumindest auf der karte angezeigt wird also wenn die wenn die schon umfallen die man richtig schönen bums schon danke gesagt für die austiere dankeschön die würde ich mir gerne zähmen aber das wäre jetzt blöd zu zähmen ja den kann ich mir erst zähmen wenn er tot ist und für uns nicht mehr als weltboss dargestellt wird dann ist es ein normaler mob und ich kann ihn zähmen ok und ich glaube ich kann doch als weltboss zähmen möchte ich mich aber nicht so weit aus dem fenster lehnen da ich weiß es nicht jetzt aber garnise uns ressourcen was war denn schmuck beweglichkeit was gefunden was mir was bringt woher siehst du ja plus 25 beweglichkeit auch ein blindes huhn findet man korn irgendwo müssen wir hier in eine hülle rein und gegen deinen tüten ich glaube da muss man ein bisschen höher also hier außen rum und dann auf alle fälle außen rum haja höher höher und diese hier sind noch so dinge die man zerstören müssen astral scheiße genau ich komme ich habe hier ein bisschen als drei kacke gefunden ich könnte ja auch mal aufmauten ja ich habe dabei hier zum unschuldigen mob drauf moment die trocken hier noch alle was eine brauchen wir noch hätten wir am weg hoch auch machen können ja ja machen wir auch machen machen wir dann auch unter anderem ja also alles was sich uns in den weg stellt wird geblättert ich möchte dich nicht töten das sind extra erfahrungspunkte die magisch nicht bist du noch war gerade im kampf gerade erledigt ja für mich probt hier noch einer irgendwas zu sitzen halt der hat sich restet schon zum abgeben ja aber keine zum annehmen hoch aber 50 ressourcen sehr schön traumhaft wunderschönen da da ist auf alle fälle wieder so eine essenz noch ein bisschen ja nicht mehr lange alter jetzt 600 dps ja mal ja würde gerade würde gerade leben ja keine ahnung immer gerade mit kann man ihm direkt mal helfen ja und er wird für uns auch gezählt sehr schön tauren krieger ja dem spaß macht ha schön durch cool tauren krieger krieger so eine sache würde ich mir nie boosten also ich schon ja soll ich dir meinen geben ich habe noch so einen krieger übrig das ist ein ali damit musst du erst mal klarkommen doch hier ist noch so ein astral gewöhnt will ich gar nicht muss man nicht mit klack ich hau mal hier jetzt ist er tot ohne das oh gott so wir haben schon mal fünf von fünf wir können eine quest schon mal hast du toll gemacht hauenkrieger hast du toll gemacht ja der war ums arsch lecken schnell bist mein held arschkopf und wir dürfen warten dann habe ich wenigstens mal zeit zu trinken nebenbei 11.000 ep das ist ein kaffee wert ist das wieder deine prinzessinnen kaffeekanne nein das ist meine weihnachtsmann kaffeekanne weihnachtsmann ja heute 23 ja folgentechnisch ist bei uns noch nicht ganz wir sind erst heute abend am 11 11 11 11 und aufnehmen tun wir gerade den 23 genau also nur einmal schlafen bis christkind kommt wurde jetzt noch mal gepostet dass ich meinen status aktualisiert habe ich wollte gerade noch mal raushauen dass wir live auf twitch sind weil jetzt sieben von meinen freunden online sind ich habe sieben freunde holen ok dann machen wir das so ändern wir das sondern aktualisieren ja ich habe ihn gefilmt ich habe ihn gefilmt der ist auch wieder geriesbord macht ihn jetzt auch und drüber gerasht war der auf jeden fall keine gedanken mehr der letzte schritt dann ich krieg noch ein helm ich fand den anderen aber so cool ich fand der passt optisch viel besser zu meinen schuhen ja genau von der handtasche eher sicher irgendwo hier oben so ein schöner predator helm der liegt hier tot im dreck äh da müssen wir auf die müssen wir auf die schriftrolle klicken oh auf welche schriftrolle wenn er hier steht hier ist er ja jetzt wieder jetzt ist er da und hab hydra schnapp in die haut rauf er hat doch gar keine chance ne der hast du das auf keinen fall vielleicht ein bisschen ein bisschen doch fast nur ein kleines ticktor hält viel aus ja wird das muss ja mal sein mein gott mein mann geht zu ende wie geil oh hast du eine benachrichtigung bekommen ein benachrichtigungston blü ne aber ich hab gerade hoch geguckt wie weit es mit meinen funken ist und sah dass mein mann in die knie geht aber jetzt machen wir chaos blitz und werden mal dps machen hier ja mach mal wir sind beide sehr gleich auf jetzt ja bei mir steht 10.000 bei mir steht 7000 also wir sind beide glauben einem dm ganz gleich auf bei mir steht 10.000 bei mir und 4000 bei dir knapp 5000 bei dir ne bei mir steht 7000 bei mir und 7000 dein damage meter bescheißt was ich ne 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 ich hab den so eingestellt ja darum denke ich mir so quest beenden und der teleportiert uns zurück was hat er gesagt hast du auch das kriegt und erst die quest abgegeben hast du die quest abgegeben ja jetzt das war bei mir ein bisschen spät dem abgeben wahrscheinlich ja jetzt es war bei mir ein bisschen spät dem abgeben wahrscheinlich Und einen neuen Begleiter. Und einen neuen Begleiter. Der schafft jetzt für uns. Ja. Und unsere Magie auf Vordermann bringen. Okay, dann spiel du mit den Magiern rum. Sprecht mit Rokan in eurer Garnisierung in Forstfeuergrat. Okay, dann nehmen wir die Quest mal an. Da haben wir zwei. Zwei habe ich hier zum Annehmen. Ja, ich habe hier auch noch eine. Und eine zum Abgeben. Ja, das Abgeben habe ich gerade gemacht. Wie kann ich euch helfen? Nein, das war sie nicht. Wo ist die Quest hin? Hier. Ah, da heraußen. Der sieht cool aus, ne? Weißt du, was natürlich hier jetzt extrem praktisch ist? Wie der rote Power Ranger. Wir können endlich die Missionen starten, von denen wir vorher gesprochen haben. Ah, hier. Außenposten und so. Richtig, und so. Missionen. Mission, zwei abgeschlossen. Oh, läuft. Ja, ich start mal die. Und? Und wir können hier gleich einen Cut machen. Naja, da haben wir noch ein paar Minuten. Ach ja, ich bin ja schon länger am Streamen, wie du am Aufnehmen. Ja. Ich bin nämlich jetzt vom Stream her bei 20 Minuten. Also musst du sagen, man schluss. Mach ich, mach ich. Und die Zuschauer denken sich jetzt, bitte sag ihm nicht, dass bald Schluss ist. Bitte sag ihm nicht, dass bald Schluss ist. Schön weiter aufnehmen. Oder sie denken sich, bitte mach Schluss, bitte mach Schluss. Wo ich wieder drunter schreiben muss, es bringt nichts, wenn du mal die Wiederholung kommentierst. Du musst im Live-Chat dabei sein auf Twitch. Kann man, muss man aber nicht. Muss man nicht. 45 Prozent ist zwar eine sehr geringe Chance, aber ich mache. Bei 50 Prozent? Ja. Ja, ich habe 3200 und noch ein paar Ressourcen. Also ich kann mir ein paar Fehlschläge leisten. Das mache ich auch mit 53 Prozent. Mit unserem neuen gewonnenen Arbeiter. Magier, hopp, hopp. Kann man vorhin nicht zumindest eins weiter runterfliegen? Doch, können wir sicher. Bei 5200 Garnisierungsanheiten kann ich mir das auch leisten. Ja. Also ich fliege jetzt eins runter zu der Zuflucht. Hast du dir abgegeben? Ja. Okay. Und zu der Zuflucht fliegst du jetzt? Der Terror-Kar-Zuflucht. Keine Zuflucht fliegst du. Gucke ich mal im Täschelchen, was wir jetzt alles neu bekommen haben. Ein Hals mit mehr Beweglichkeit. Die Vielseitigkeit geht dann verloren. Ich glaube nicht, dass das gut ist. Ich hatte recht. Gut. Und der Helm ist gut. Schade. Mein schöner Predator-Helm. Ja, aber ist Vielseitigkeit, ist die so wichtig? Moment. Also ich kriege hier zum Beispiel jetzt plus zwei Beweglichkeit, plus 30 kritische Trefferwertung, plus vier mehrfach, aber minus 30 Vielseitigkeit. Das heißt, ich mache momentan 217 Schaden. Wenn ich die anlege, mache ich nur noch 1111 Schaden. Wo siehst du das? Wie viele Schaden du machst? Wenn du dein Charakterfenster auf hast, kannst du hier unter Angreifen und so gucken. So allgemein, Attribute, Verstärkung, Angreifen, Zauber, Verteidigung steht da. Und bei den grünen Zahlen siehst du, was bei dir steigt durch die Röstung. Okay. Ja, Zauber. Ich meine so von WoW-Nerd zu WoW-Nerd. Ja. Sagen wir es anders. Von WoW-Noob zu WoW-Noob. Ja, schon besser. Ja. Ja, dann begeben wir uns mal da rüber, oder? Richtung Fragezeichen, Rufzeichen. Da ist nämlich noch ein Fluchtpunkt. Ein Fluchtpunkt? Ein Fluchtpunkt, ja. Gut. Na gut, später quälst du ihn da gar nicht so, den können wir sowieso später machen. Ach nee, ha. Wart dann? Das Ding hat mich abgemountet, ja. Die Sau. Stopp. Hui. Tod. I'm so sorry. Nee, nicht noch einer. Das ist ein Gelber. Das ist ein Japaner. Ja. Habe ich jetzt einen rassistischen Witz gebracht? Aber keine Ahnung. Schau schon wieder. Alter. Heute habe ich es aber mit dem. Jetzt haben mich schon zwei Frösche an der Backe. Was soll denn der Scheiß? Ja. Weißt du, warum die selben Möpse nicht angreifen? Wieso? Die sehen dich nicht. Ja, genau. Ja, sehr ernst. Aber ich hätte gesagt, hier an dieser Stelle könnten wir mal einen Cut machen. Können wir machen. Brauchst einen Zauberstab. Nee. Dann hätte ich gesagt, es hat mich gefreut, dass ihr uns gesehen habt. Ich hoffe, ihr seht uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch was. Tschüss. Mit euch. Und ciao mit euch. Bis zum nächsten Mal. Mein Spiel, dann sieht dich. Tschüss. Trottler. Trottler. Bin der NDR. Jetzt bald, Biddy. Aus. Aus. Jetzt aber. Gut.